Mein Name ist Martin Ritter, ich bin 31 Jahre alt, bin Hundetrainer und zertifizierte Problemhundeberater. Ich habe mich darauf spezialisiert, auf die Resozialisierung von Hunden mit Verhaltensproblemen. Ich habe eine Hundeschule eröffnet, da ich das Verhalten zwischen Mensch und Hund sehr gut analysieren kann. Meine Aufgabe ist es, zwischen Mensch und Hund wieder eine positive Beziehung zu schaffen. Und in meiner Hundeschule geht es um weitaus mehr, um nur das Training mit dem Hund. In erster Linie arbeite ich mit dem Hundebesitzer, da es wichtig ist, dort Verständnis und Wissen zu vermitteln, da der Hund das Verhalten von dem Besitzer reflektiert. Falls auch Sie Probleme mit Ihrem Hund haben, kontaktieren Sie mich gerne, da ich weiß aus meiner Erfahrung, dass solche Probleme sehr belastend sein können und durch gutes Training man wieder zu einer besseren Lebensqualität für Mensch und Hund kommen kann. Besucherdeskpping! Sprecher